Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meinem zweiten Teil, der allgemeinen Einführung in das Programmieren. Und hier wollen wir uns der Frage zu wenden, was denn so Aufgaben von Programmierern und Programmierern sind. Ja, es geht darum, Probleme mit dem Computer zu lösen. Du hast eine bestimmte Aufgabenstellung und möchtest diese mit Hilfe des Computers lösen. Also wenn du eine Textverarbeitung zur Verfügung hast, was in der Regel ja bei jedem Computer der Fall ist, könntest du zum Beispiel das Problem lösen, einen Brief zu schreiben. Und die Schwierigkeit ist jetzt so, deine Ideen, den Computer so mitzuteilen, dass dieser auch deine Wünsche verstehen kann, dass er sie auch dann umsetzen kann. Wenn du also mit einem Textverarbeitungsprogramm nicht umgehen kannst, also nicht weißt, wo du mit der Maus zum Beispiel hinklicken kannst, hast du Schwierigkeiten, deine Ideen, in dem Fall deinen Text, im Computer mitzuteilen. Weiters geht es darum, mit Hilfe schon vorhandener Anweisungen, vergleichen mit den Vokabeln einer Programmiersprache in dem Fall, deine Wünsche, den Computer mitzuteilen. Bei deinem Textverarbeitungsprogramm weißt du schon, wo du hinklicken musst. Das heißt, in einer bestimmten Reihenfolge klickst du auf bestimmte Symbole und kannst zum Beispiel einen Text abspeichern, ihn als PDF speichern und so weiter. Wenn du aber selber ein Computerprogramm erstellst, also so etwas wie zum Beispiel eine Textverarbeitung, musst du tatsächlich die Anweisungen kennen, die der Computer verstehen kann. Und diese Anweisungen sind Teil einer Computersprache und dazu mehr in einer der nächsten Lektionen.